Ha, herrlich. Weil gegen was ich bin, ist, dass man uns probiert, ein neues Feindbild aufzusetzen. Früher war es schon der Russe, dann irgendwann war es der Islamist. Das sind alles ja natürlich Terroristen. Heute ist es wieder der Russe. Und ich sage einfach nur, was für ein Schwachsinn das ist, weil wir sind alle Menschen in Russland. Es sind 140 Millionen Menschen, die genauso wie ich und du sind. Das sind nicht unsere Feinde. Bitte. Und übrigens, natürlich auch die Amerikaner, nicht die Deutschen, nicht die in meinem Nachbarort, nicht mein Nachbar. Niemand, wir haben keine Feinde. Weil wir sind alles Menschen und unsere Nationalität ist ein Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020